Der Glasfasernetz-Infrastrukturbetreiber Fibre Service Oberösterreich setzt auf Airkey, das smarte elektronische Zutrittssystem von EFFA. Airkey ist eine elektronische Zugangslösung, kann man direkt in die Tür beispielsweise einbauen und man kann dann mit dem Smartphone die Tür öffnen. Airkey ist auch ein zweifach verschlüsseltes System und man hat immer in Kontrolle, wer gerade Zugang oder Zutritt hat zu unseren Gebäuden. Wir haben momentan 22 Pops und es werden in Zukunft in den nächsten ein, zwei Jahren auch noch 20 dazukommen. Wir haben 20 Airkey Zylinder bis dato verbaut. Mit nur zwei Personen ermöglicht es Airkey ganz einfach und unkompliziert 163 angelegte Personen und deren Zutrittsberechtigungen zu verwalten. Aktive Benutzergruppen zählt Fibre Service Oberösterreich aktuell 30. Tendenz steigend. Die Benutzer bekommen eine SMS mit einem Link, da drückt man dann ganz einfach drauf und in der Airkey App bekommt man dann automatisch die Berechtigung. Durch die Senderkey Funktion können wir sehr rasch neue Benutzer hinzufügen und vergibt somit ganz einfach per SMS die neue Berechtigung. Auch für externe Dienstleister gibt es natürlich eine Lösung, die die Verwaltung der Berechtigungen so nutzerfreundlich und einfach wie möglich gestaltet. Auch das Finden der einzelnen Standorte ist dank Airkey kein Problem mehr. Und durch die Protokollierung können wir jederzeit nachvollziehen, wann jemand wo Zutritt gehabt hat. Durch Geotagging haben wir bei unseren Airkeys die GPS-Koordinaten hinterlegt, sodass unsere externen Dienstleister kinderleicht auch den Weg dorthin finden. Mit Airkey werden also alle relevanten Schlüsselthemen für alle Nutzer zum Kinderspiel. Die Verwaltung wird zum Vergnügen und Sicherheit und Effizienz haben einen neuen Namen. Airkey Zutritt Zutritt Zutritt